Hallo, ich begrüße dich zu diesem Video aus der Reihe Menüfunktionen der Z6 II. Ich würze übrigens meine Erklärung in der Kamerafunktion mit einer Einschätzung, wie ich die jeweiligen Funktionen einsetze und nutze. Viel Spaß bei diesem Video. Bevor wir starten, noch eine Vorbemerkung. Die Menüs der Z6 II sind fast identisch mit den Menüs der Z7 II und du kannst dieses Tutorial natürlich auch super nutzen, wenn du eine Z6, eine Z7 der ersten Generation hast. Es gibt wenige Funktionen, die du dann nicht hast, aber ich werde darauf hinweisen oder du erkennst es selber. Ja, wir starten mit dem Wiedergabemenü und das Wiedergabemenü ist jetzt noch relativ übersichtlich, aber hat schon eine spannende Funktion. Ja, du kannst hier natürlich über das Menü löschen. Da empfehle ich dir, die Funktionstaste mit dem Papierkorb zu nutzen. Zweimal drücken, schon ist das Foto weg, wenn du in der Wiedergabeansicht bist. Und deswegen ist die Taste auch gleich neben der Wiedergabetaste positioniert. Und dann kannst du festlegen, welcher Ordner beim Drücken der Wiedergabetaste angezeigt werden soll. Entweder ein spezieller Ordner oder alle Ordner, die es gibt oder den aktuellen Ordner, also dort, wo du deine Bilder gerade in dieser Session drin abspeicherst. Ich habe das immer auf alle Ordner, weil wenn ich dann mal durchscrollen will, dann habe ich hier die Möglichkeit, dass alles angezeigt wird. Aber wenn das vielleicht mal zu viele Bilder sind und du dich da begrenzen möchtest, dann kannst du diese Funktion nutzen. So, und jetzt kommen wir schon zu der ersten großen spannenden Funktion. Da empfehle ich dir auf jeden Fall, dies dir mal anzuschauen und mal einmal hier, du musst dann nach rechts klicken oder besser gesagt mit dem Steuerkreuz nach rechts klicken, dann wird es angehakt, hier einmal alles anzuklicken, um dann das in der Praxis dir anzuschauen, was du da wirklich von brauchst und was dich unterstützt. Hier siehst du eine Ansicht, die du, wenn du die Kamera out of the box nutzt, nicht zur Verfügung hast, nämlich das ganz freie Bild ohne zusätzliche Anzeigen. Und das finde ich ganz wichtig, um einfach ein Bild richtig beurteilen zu können, um den Bildschnitt gut beurteilen zu können, ohne irgendwelche zusätzlichen Informationen, die mich dort stören würden. Also das schalte ich auf jeden Fall immer dazu. Und dann ist die zweite wichtigste Funktion, die ich nutze, das ist hier so eine gemischte Ansicht mit einem Schwarz-Weiß-Histogramm. Und da kannst du nochmal gut kontrollieren, wie die Belichtung ist. Du hast alle Anzeigen, du siehst auch nochmal das Bild. Das kannst du zwar in dieser Ansicht nicht so gut beurteilen, aber du kannst dann die Information zuordnen. Du siehst hier wunderbar, mit welcher ISO denn fotografiert wurde und kannst gut kontrollieren, ob du hier noch manuell und korrigierend eingreifen musst bei dem Bild. Dann hier die Anzeige mit den Fokus-Messfeldern. Das finde ich auch immer ganz wichtig, um da nochmal zu kontrollieren, ob der Fokus richtig sitzt. Das ist eine schnelle Hilfe, wo du sehen kannst, okay, das Bild ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit scharf, weil der Fokus sozusagen auf dem richtigen Punkt lag. Dabei hast du auch nochmal so rudimentäre Informationen unten am Bildrand. Dann eine weitere Anzeige mit spärlichen Informationen. Dann hier die Überbelichtungswarnung. Ein komplettes Histogramm, also ein Schwarz-Weiß und ein RGB-Histogramm. Und dann hier eine mehrteilige Anzeige mit fast allen Exif-Daten. Für mich sind ganz wichtig diese Anzeige, dann die ganz freie Anzeige zur Bildbeurteilung und dann nochmal hier diese Anzeige, wo dann auch der Fokus, hier kann man es gerade nicht sehen, wo dann auch die Fokusfelder angezeigt werden, zur Kontrolle, ob das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit an der Stelle scharf ist, wo ich es gerne haben möchte. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Wenn du deine Bilder auf zwei verschiedenen Speicherkarten speicherst, zum Beispiel die RAW-Dateien auf dem einen Speicherkartenfach und die JPEGs auf dem anderen, dann kannst du hier entscheiden, aus welcher Karte denn jetzt die Bilder ausgelesen werden sollen, wenn du in den Wiedergabemodus gibst. Die ist übrigens eine Funktion, die es bei der Z6, Z7 der ersten Generation nicht gibt, weil die natürlich nur ein Fach haben, nur eine Speicherkarte haben. Bildkontrolle on. Wenn du ein Foto gemacht hast, ob dann nochmal zur Kontrolle das Bild angezeigt werden soll, das schalte ich auch gelegentlich aus. Das kann manchmal sehr nervig sein und dann kannst du hier auch nochmal einstellen, ob diese Anzeige dann nur über den Monitor erfolgen soll. Das ist schon recht praktisch. Wenn du mit dem Sucher arbeitest, dann hast du zumindest den Monitor frei für das nächste Bild. Die Anzeige das generell ein, das halte ich nicht für die optimalste Lösung, aber schreib gerne in die Kommentare, wenn du mir an der einen oder anderen Stelle widersprechen möchtest oder eine Korrektur hast. Dann die Frage, was passiert nach dem Löschen? Wird das nächste Bild angezeigt? Also springt er nach vorne oder nach hinten? Oder wenn du ein Serienbild gemacht hast, soll dann das letzte Bild der Bildserie angezeigt werden? Dann, was passiert, wenn du eine Aufnahmeserie machst? Also wenn du den Serienbildmodus mit mehreren Bildern pro Sekunde aufnimmst, soll dann das letzte Bild der Aufnahmeserie angezeigt werden oder das erste Bild? Da musst du schauen, wie du, was du machst und wie das zu dir passt. Ob du dann beim Start nach vorne klicken möchtest oder vom letzten Bild nach hinten. Dann kannst du hier einschalten, ob eine Anzeige auch im Hochformat möglich ist. Also wenn du ein Hochformat Bild hast, dass dann die Kamera automatisch das Bild dann auch im Hochformat anzeigt, selbst wenn du sie quer hältst. So, und dann hast du hier die Möglichkeit, auch nochmal Bilder zu kopieren. Du kannst Bilder auswählen, gehst in den Ordner rein, kannst hier alle Bilder auswählen und die dann entsprechend kopieren. Mit der OK-Taste kommst du hier rein und kannst dann Bilder auswählen mit der Zoom-Taste, mit der Minus-Zoom-Taste beziehungsweise mit der Plus-Zoom-Taste auswählen, um dann Bilder zu kopieren oder kannst hier auch nur geschützte Bilder auswählen, die du vorher gesperrt hast. Kannst alle Bilder auf der Karte auswählen und kannst dann auch eine Diaschau starten beziehungsweise produzieren und dazu ein entsprechendes Intervall eingeben. Ich sage dir ganz ehrlich, das sind alles Funktionen, die ich nicht nutze und hier kannst du auch nochmal die Bilder bewerten. Das könnte ganz sinnvoll sein, wenn du beim Shooting irgendwie zwischendurch Zeit hast und schon mal die Bilder anschauen möchtest, um die dann entsprechend zu bewerten. Aber mein Ding ist es nicht. Ich konzentriere mich da ganz auf Shooting und mache alle diese Dinge, alle diese Spielereien mache ich im Nachgang, wenn ich fertig bin mit dem Fotografieren in Lightroom. Da mache ich die Bildbearbeitung, da kann ich die Bilder richtig betrachten und ich mache ja auch keine Diaschau aus der Kamera. Du kannst natürlich die Kamera dann an den Fernseher anschließen und da eine Diaschau machen, wenn du das möchtest. Aber so arbeite ich nicht. Ja, das waren die wichtigsten Funktionen des ersten Menübausteins. Im nächsten Video werden wir uns um das Fotoaufnahme-Menü kümmern. Dann die Filmaufnahme, die Individualfunktionen, das Systemmenü und Bildbearbeitungsfunktionen werde ich erstmal weglassen. Das ist ja quasi, dann nutzt du die Kamera, um deine Bilder zu bearbeiten, wenn du keinen Rechner hast. Das ist eigentlich ein sehr umfassendes Thema. Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Das ist mein Menü, ein tolles Menü, sodass du deine Kamera sehr schnell bedienen kannst, sodass du auf die Menüfunktionen, die du hauptsächlich nutzt, einen sehr schnellen Zugriff hast. Vielen Dank für dein Interesse an diesem Video aus der Reihe Menüfunktionen der Z6-2. Bleib unbedingt am Ball, damit du deine Z6-2 effizient und mit dem vollen Funktionsumfang nutzen kannst. In diesem Sinne freue ich mich aufs Wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.